Willi Schillig, Modell 126,50 in Leder Elfenbein, 3,20 Meter. An der langen Seite, da macht es Sinn nachzumessen. Sie haben Platz auf diesem wunderbrochen, kubisch gestalteten Stück. Die Rückenteile sind mit einer Halterolle versehen. Das macht Sinn, da ist das Ganze eine echte Stütze. Die Langkiesen sind auch sehr fest, das heißt, Sie können diese auch als hohe Rückenlehnen verwenden. Sie sehen, so habe ich eine schöne Unterstützung auch als großer Mensch. Für große Räume können auch mal zwei schlafen. Schlagen Sie zu, ein Teil ist hier. Klick! Weiter! Wir sehen uns gleich, da wird auch ein Teil des Pazenboden gehalten.